Hey Mann, willkommen zurück auf dem Channel Wunder Dich Nicht, heute gibt es kein normales Video, es ist ja nicht Donnerstag oder Samstag. Heute habe ich ein gratis Geschenk für dich und zwar ist mein neues Buch draußen, der Zeus Mann, das ist die Fortsetzung zu meinem Amazon Bestseller, die Zeus Methode. Und dieses Buch ist jetzt auf Amazon erschienen und es wird jetzt für die nächsten vier Tage bis einschließlich Freitag, bis einschließlich diesen Freitag, den 24.8. wird es gratis verfügbar sein. Das heißt, du kannst es bis Freitag um 0 Uhr gratis downloaden und genau, in diesem Buch geht es einfach um die Thematik männlich sein, am Anfang so ein bisschen wie auch in der Zeus Methode, aber dann geht es vielmehr darum, Frauen zu verstehen und ich will dir erklären, was es braucht, damit du Frauen regelmäßig wiedersehen kannst, dass sie wirklich mehrere Dates mit dir haben wollen und dass du sie am Ende des Tages auch zu einer Sexbeziehung machen kannst oder zu einer richtigen Beziehung, je nachdem, worauf du eben Lust hast. Und alles, was du dafür tun musst, ist auf den Link unten im Video zu klicken, also unten in der Beschreibung zu klicken. Der Link ist auch nochmal am Ende des Videos unten eingeblendet, unten links. Oder du gibst einfach bei Amazon der Zeus-Mann ein und dann findest du das Buch. Dann klickst du auf das Buch oder eben auf diesen Link, der auch in der Beschreibung ist und klickst auf mit ein Klick kaufen. So heißt der Button bei Amazon. Du gehst auf die E-Book-Variante und gehst mit ein Klick kaufen. Da steht es aber mit ein Klick kaufen und dir wird aber nichts berechnet, da das E-Buch halt 0 Euro kostet für die nächsten Tage. Und dann kannst du dir einfach auf zum Beispiel deinen Kindle runterladen oder wenn du keinen Kindle hast, auf deine Kindle App. Es gibt bei jedem Handy im Store Apps, mit denen du E-Books lesen kannst. Da kannst du dir einfach drauf runterladen oder du kannst es auch direkt in Amazon lesen. Da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, wenn du jetzt auch keinen Kindle hast, das brauchst du nämlich dafür nicht. Es gibt auch die Möglichkeit, das als Taschenbuch zu kaufen. Da kostet es allerdings 12 Euro. Aber wenn du sagst, ich möchte es gerne als Handbuch haben, als Taschenbuch, kannst du natürlich auch das gerne machen. Einfach auf Amazon das Ganze runterladen. Die nächsten fünf Tage, also beeil dich ist es begrenzt, bis Freitag, den 24. oder 25. 8. Und danach wird es halt für immer wieder Geld kosten. Diese Aktion, diese fünf Tage Werbeaktion kann man eben nur ein einziges Mal machen. Eine kleine Bitte noch an dich. Es wäre super, wenn du dir das Buch runterlädst, wenn du mir einfach eine kleine Bewertung bei Amazon da lässt. Das kannst du einfach machen, indem du bei Amazon auf meine Bestellung klickst. Dann siehst du, das ist schon der Zeus-Mann. Und dann gibt es da den Button, schreiben Sie eine Produktrezension. Da klickst du einfach drauf, gibst dem Buch so viele Sterne, wie du denkst, dass es verdient hast. Und schreibst mir eine kleine Bewertung. Das würde mir sehr viel helfen und würde mich freuen, wenn du mich da einfach ein bisschen unterstützt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Buch. Wie gesagt, der Link ist nochmal in der Beschreibung, aber auch hier unten in der Ecke sollte er jetzt auftauchen. Oder du gibst einfach der Zeus-Mann bei Amazon ein. Bis einschließlich Freitag, gratis für dich zum Download. Viel Spaß damit. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dahin. Ciao.